Wir sind Janik und Godwin. Wir haben einen Lego-Mindstorm-Schreibroboter gebaut. Die Idee war, dass der Roboter Menschen, die nicht schreiben können, helfen kann. Leider hatten wir das, was man sagt, in Buchstaben umwandelt. Leider hatten wir zu wenig Zeit dazu und der Roboter hätte es sowieso nicht gekonnt. Hier seht ihr ein Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, es hat nicht funktioniert. Wir zeigen euch jetzt ein Video davon. Vorführeffekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Um den Roboter zu bauen, haben wir zwei Motoren gebraucht. Wie ihr seht, läuft der oberen Motor auf Schienen. An ihm ist ein Stift befestigt. Der zweite Motor lässt den Roboter von links nach rechts fahren. Deswegen sind unsere Buchstaben auch so eckig, wie zum Beispiel das O ist nicht rund, sondern ein Quadrat. Also, der Roboter will auch noch was sagen. Goodbye. Vielen Dank.